Hier zeige ich dir, wie du einen Panther als Reittier einfangen kannst. Um einen Panther zu fangen, benötigst du auf jeden Fall mal viel Geduld. Wenn du die Tast Kuh drückst, dann findest du eventuell Fußstapfen eines Pantherweibchens. Die werden am Boden blau markiert. Wenn du diesen Fußstapfen folgst, wirst du irgendwann dieses Pantherweibchen sehen. Außerdem solltest du in dem Gebiet, wo du den Panther fangen möchtest, alle anderen Tiere nach Möglichkeit vorher töten, weil so ein Pantherjunges extrem empfindlich reagiert auf Geräusche und dann sehr schnell sehr weit weg laufen kann. Wichtig wäre auch, dass du dir in deinem Maskenmenü den Perk Qualitätseinschätzung freigeschaltet hast. Das sage ich dir jetzt warum. Wenn wir Kuh gedrückt halten, halt markieren, jetzt ist er zu weit weg. Aber wenn du Kuh gedrückt hältst und auf den Panther zeigst, so und ich zeige es nochmal, so. Und jetzt die linke Maustaste drückst, dann kannst du ihn markieren. Oh, jetzt hat er was gefunden. Jetzt frisst er. Er war auf Nahrungssuche. Jetzt frisst er. Jetzt geht er nach Hause und wir bleiben idealerweise außerhalb des Sichtfeldes und diese Markierung ist eben auch dann noch sichtbar, wenn wir außerhalb der Range sind, wo er uns wahrnehmen kann. Wenn das Pantherweibchen gefressen hat, nach Hause gegangen ist, zu seinem Nest, dann wird es ein kleines Pantherbaby zur Welt bringen. Ich glaube, er hat sein Baby gehabt. Oh ja. Kann man jetzt noch schlecht sehen, aber ich glaube, das ist das Baby. Am Ausruhen. Ja, das Baby. Da ist das Baby. Das ist nicht gut. Okay. Sorry, Mama. Was du jetzt brauchst, ist eine oder am besten sogar mehrere mittlere Fallen und einfach normales, rohes Fleisch. Dann schleifst du dich so in die Gegend, wo das Baby langläuft und platzierst dort ganz vorsichtig deine Fallen. Nicht zu nah ran, weil sonst könnte das Baby sehr schnell weglaufen. Wenn ihr mit mehreren auf einem Server spielt, bitte hinterher die Fallen wieder abbauen, weil sonst ist dieser Platz blockiert. Und in der Regel findet ihr die Tiere immer ungefähr in der gleichen Region. Wenn ihr die Fallen platziert habt, dann zieht ihr euch zurück und versteckt euch und verhaltet euch absolut ruhig. Also jedes Geräusch kann das Baby verschrecken und es läuft weg. Ist er drin? Ist er da drin? Ist er in der Falle? Er bewegt sich nicht mehr. Könnte sein, dass er drin ist. Da er sich nicht mehr bewegt, vermute ich, dass er drin ist. Ja. Yay. Hallo. Kleiner Panther, wo bist du? Jagen. Da ist er. Nice. Ist er nicht niedlich? Der Kleine. Gott, wie süß. Ihr könnt den Panther dann auf den Boden setzen, geht ins Menü, geht auf Kämpfen und stellt dann, wenn er auf Kämpfen steht, ein, er soll euch folgen. Und gebt ihm vorher noch ein bisschen Fleisch zu essen. Wenn ihr Tipps für den Einstieg braucht, schaut euch doch das folgende Video an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann und ciao. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.